Ralfs Spielzeugkiste Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Ralfs Spielzeugkiste. Heute haben wir etwas gemeinsam zu feiern und zwar den 500. Abonnenten. Ich habe diesen Kanal am 9. Oktober 2019 gestartet, eigentlich um das Feuerwehrmann Sam Spielzeug, das mein Sohn bekommt, der Welt zu zeigen, weil ich selber als Vater das schwierig fand, mir ein Urteil zu bilden und es da nichts gab auf dem Markt. Schnell hat sich das Interesse meines Sohns gewandelt und es kam Lego hinzu. Dann kamen auch weitere Klemmbausteine mit dazu. Ja und das ist jetzt mein Kanal, eine Mischung aus Feuerwehrmann Sam Spielzeug, Klemmbaustein und Lego aus verschiedenen Bereichen. Ich selber habe da jetzt meine Passion auch gefunden und was mich besonders freut, es macht mindestens bei 500 Leuten jetzt Pling, wenn ein neues Video online geht. Darüber hinaus freut es mich natürlich auch unfassbar, dass auch viel mehr Leute erreicht werden, denn ich sehe in den Statistiken, dass über 90% meiner Zuschauer kein Abo haben. Nächstes Ziel wären 1000 Abonnenten. Was würde sich ändern? Nicht so viel, vielleicht gibt es mal einen neuen Vorspann, aber im Prinzip bleibt alles gleich, denn ihr hört meine ungefilterte Meinung zu den Produkten, die ich selber kaufe, die ich für meinen Sohn kaufe, die wir gemeinsam ausprobieren und uns dazu eine Meinung bilden. Was sich auf jeden Fall nicht ändern wird, ist mein Sendetermin. Jeden Freitag um 15 Uhr gibt es ein neues Lego- oder Klemmbaustein-Video und bei Bedarf jeden Dienstag um 15 Uhr ein Feuerwehrmann Sam Video. Da gibt es leider nicht so häufig neue Sachen. Ich versuche auch mit meinem Sohn weiter voranzutreiben, die Geschichtenvideos, aber die sind sehr aufwendig zu produzieren. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass meine Videos von euch so gut angenommen werden. Dann kommentiert gerne mehr, tretet in den Austausch mit mir und mit den anderen Zuschauern und habt einfach Spaß. Es ist natürlich kein Infokanal, klar zeige ich auch mal neue Sachen, aber ich habe nicht den Anspruch, tagesaktuell Neuheiten zu präsentieren und es ist immer meine persönliche Meinung oder die Erfahrung, die wir hier zu Hause gemacht haben mit dem Spielzeug, mit Lego, mit Klemmbaustein. Und das kann für die, die es noch nicht haben und sich kaufen wollen, eine Orientierung sein. Ja, ich hoffe auf weitere 500 Abonnenten, vielleicht schaffen wir das ja bis Jahresende, mal schauen. Dann gibt es auch ein Special Video, was ich euch präsentieren möchte. Hat euch das Video gefallen? Gefallen euch generell meine Videos? Dann lasst doch einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal und nicht vergessen Glocke aktivieren, denn dann bekommt ihr immer aktuelle Hinweise, wenn ein neues Video online geht. Und ich freue mich auf die nächsten 500 Abonnenten hier bei Ralfs Spielzeugkiste.